Das war gerade der Moment. Ich meine, 7-1 gegen Brasilien. Oh ja, Tor, Tor, Tor! Und dann zwei, drei, vier, fünf. Unglaublich! Deutschland! Tor mit Deutschland! Ich habe das Finale geguckt mit meiner ganzen Familie. Mir war so schlecht, ich konnte nichts essen. Ich glaube, die ganze Zeit werden die Nögel gekaut und die Hand von meiner Mama geholt. Als Mexiko war die Zentral-Amerika und die Amerika-Amerika, haben sie gute Gole und der Jamaika im Endeffekt war. Es war sehr emocionante. Flore, Mexiko! Als Chile das Penal verändert hat, ich kann es nicht glauben. Chile hat gewonnen, Chile hat gewonnen, Chile hat gewonnen. Gegen die Argentinien, gegen die Argentinien. Ich habe gewonnen, Chile-Kampeon! Es war fünf Jahre alt, mein Vater hat mir den Maillot vert und jaun. Das bedeutet, wenn ich die weiß, die weiße, ich habe die Hände in mir. Er macht es gut, es macht es gut, es macht es gut, es macht es gut. Ich habe gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wenn das Mädchen kommt, um die Asien zu werden, Bier in der Luft. Kissen ein altes Mädchen auf seinem Kopf. Tears streamen von deinem Gesicht. Österreicher Summit! New Zealand ist ein kleines Ort. Es ist so wichtig für uns, dass wir in der Featur der Konfederations-Kuppe sind. Denn wir sind ein kleines Land der Rugby-Player und Hobbiten. Also, um da zu sein, das bedeutet für uns der Welt. Das ist eine große Glückwunsch für Fútbol-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football-Football. México, México! Danke, 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 danke. You become a fan of different countries because you feel the passion. Is this for real or is this just for camera? Is this for real?